Hallo meine Lieben, es ist wieder Mio-Zeit, ich darf dir wieder meine neuesten Schätze präsentieren. Und heute habe ich mir gedacht, wir haben ja so einen schönen Herbst, wunderschön, die Sonne scheint, es gibt kein Wind, das ist ein Traum. Und deswegen habe ich mir gedacht, kann es auch vielleicht ein bisschen eine fröhlichere Farbe sein, nicht immer schwarz, grau, dunkelblau, dunkelrot, dunkelgrün, alles ist so dunkel. Ein schönes hellblau oder eisblau, wie man es auch im Winter nennt, eine wunderschöne Weste mit einer tollen Struktur. Die Weste kostet 40 Euro und passt für kleine Größe, also schon ab Größe 36 bis Größe 40, 42, die hat auch Taschen. Und sie hat eine super Länge, also sie ist für kleine Frauen und für große Frauen super geeignet. Und ja, so Westen finde ich irrsinnig praktisch, einfach dieses drüberziehen und fertig. Weil so einen Pullover ausziehen, dann hast du vielleicht nur ein Unterleib drunter an. Und bei der Weste hast du immer ein T-Shirt eigentlich an oder ein langarmes Shirt. Und ich habe es jetzt mit so einem dünnen, leichten Schal aufgepeppt. Die Hunde und Katzen sind so beliebt, ich freue mich so, ich liebe sie auch. Und der ist aber dünn, also richtig als Accessoire gedacht. Den kannst du innen tragen, natürlich auch wenn du rausgehst. Aber ich finde es auch gut, wenn man ihn dann einfach auch in einen Raum tragen kann, wenn er nicht zu warm wird. Und das Modell gibt es auch in einen schönen rosa. Und da habe ich jetzt den rosa Schal dazugehängt. Wenn dir das jetzt zu viel ist mit diesen süßen Hunden, habe ich mir auch einen neutraleren Schal dazugegeben. Die liebe ich ja auch heiß. Die sind aus Viskose und Wolle. Der ist aber wärmer, also der wird da sicher dann zu warm innen sein. Aber es ist halt auch, du hast die dunkelblaue Jeans. Also schaut auch toll aus mit einem einfärbigen blauen Schal. Und dazu habe ich meine ausgestellte Jeans an. Die hat wirklich einen schönen Schnitt. Da gibt es dieses schmale Bein und unten dann einfach nicht übertrieben ausgestellt. Um 49 Euro. Und die gibt es von Größe 34, 36. Die ist eher Größe geschnitten. Ich glaube ab 36 bis Größe 42, 44. Kleine 44. Passt diese Jeans um 49 Euro. Und da habe ich jetzt noch einmal angezogen für dich in rosa, mit dem passenden rosa Schal dazu. Den brauche ich den Pulli. Der letzte Woche habe ich euch genau diesen nur einfärbig gezeigt. Der ist auch so strukturiert und hat genau den gleichen Schnitt. Vorne ist er kürzer, hinten ist er wieder länger. Und schön mit den Fledermausärmeln. Und ich würde ihn da wieder so reingeben in den Gürtel. Und ich liebe Leo. Wenn du eh schon schwarz mit Leo kombinierst, dann rot passt halt irrsinnig gut dazu. Unsere Stretch-Gürtel. Ich habe aber noch andere vorbereitet. Also der Pulli passt von Größe 38 bis Größe 46. Vielleicht ab Größe 38. Erfällt einfach gut. Ich habe jetzt 42 durch die Fledermausärmeln, finde ich, passt einfach auf mehrere Größen. Ich habe mir da jetzt noch, weil ich jetzt den roten Gürtel habe, meine rote Tasche dazu gehängt. Das finde ich halt schön. Und auch, wir haben auch so Armbänder im Geschäft. Ich habe mir gedacht, ich zeige dir die vielleicht auch einmal im Video. Die Tasche kostet 40 Euro. Du hast eine Innentasche dabei. Ich habe die gerade aktuell. Ich finde, das passt auch fast überall dazu. Rot, ich habe da überhaupt keine Schwierigkeiten zum Kombinieren. Da jetzt der Gürtel. Da könnte es zum Beispiel, Royal Blau wäre ja auch schön, irgendeine knallige Farbe dazu kombinieren. Beige ist natürlich auch schön schwarz. Aber lächstig ist halt auch eine knallige Farbe oder Orange. Also wenn du da Ohrringe hast oder ein Armband oder Schuhe oder eine Tasche, wäre das halt auch ein super Hingucker, dass man den Gürtel einfach in einer anderen Farbe kombiniert. Die Gürtel kosten 19 Euro und die Armbänder kosten 2,50 Euro. Also die werde ich jetzt nicht einzeln verschicken, aber wenn du sagst, da hätte ich gerne was dazu. Und die Farbe gibt es, das ist rot und schwarz. Es gibt weiß, dann so ein beige, dann ein bunter. Was ist das? Das ist gar nicht. Auch so eine neutrale Farbe. Rot habe ich da schon gezeigt. Grün gibt es und hellblau. Die sind elastisch und 2,50 Euro. Ein schönes Accessoire dazu. Und dazu habe ich einfach jetzt die Magic Größe 1 kombiniert. Jetzt die perfekte Hose für die Jahreszeit. Um 39 Euro gibt es drei verschiedene Größen. Und ich liebe das, wenn Kundinnen kommen und, ah ja, von der habe ich schon gehört, aber ich weiß es nicht. Und wenn sie es dann probieren und sagen, wow, die ist wirklich magic. Ja, das ist echt schön. Weil ja, wir reden ja nicht umsonst davon. Wir sind so begeistert von der Hose. Und es ist immer wieder schön, wenn es wer neu probiert und halt genauso begeistert davon ist wie wir. Oder viele andere haben eh schon viele bunte, mehrere Farben dann zu Hause von der Magic. Genau. Und in Leo habe ich auch einen Stretchgürtel. Und natürlich in dunkelblau, in schwarz, in grünen Tönen. Also ich schicke dir gerne Farben durch, wenn du sagst, bitte schick mir mal die Bilder, welche Farben gibt es da von den Gürteln. Und dann habe ich auch ein tolles Shirt in Happy Size, passt bis Größe 48. Unten ist er ein bisschen schmäler. Da bei der Oberweite weiter und hat diese ganz edlen, kleinen Straßsteine mit Leo-Muster auf den Schultern. Das hier kaschiert ist halt schön. Es ist einfärbig, es ist schwarz. Und dann hast du diesen super Schulterteil, den absoluten Hingucker. Um 43 Euro. Und da habe ich wieder einen Traum von Tül. Ich liebe ja Tül-Prinzessin, ein Mädchentraum. Da hatten wir diesen, den habe ich auch wieder nachbekommen. Der war auch heiß begehrt, der war wirklich ratzfatz weg. Ich habe auch Vorbestellungen gehabt, die ich verschickt habe. Und da habe ich mich gleich mit mehr Stück eingedeckt. Also der ist wirklich sehr beliebt. Der passt von Größe 34 bis 44. Hat einen ganz elastischen, angenehmen Gummibund. Ich finde er fällt schön flach runter. Du kannst ihn mit einem engen Bulli kombinieren. Ich trage auch gerne den Mio-Bulli zur Röcke, weil er einfach kürzer ist als normale Bullis. Die Röcke kostet 59 Euro. Und der Mio-Bulli kostet 32 Euro. Den haben wir immer in ganz viele Farben. Jetzt ist er wieder ziemlich ausgesucht. Also den stoppt man sicher wieder auf. Grundsätzlich zum Mio-Bulli, falls du den nicht kennst. Er hat drei Viertelarme, er ist ein dünnes, leichter, feiner Strick-Bulli. Und nicht zu lang geschnitten, hat einen schönen V-Schnitt. Und passt auch bis Größe 42, 44 und ist eben schön locker und lichern. Ich liebe dieses dünne und feine Strick. Und dazu habe ich einfach wieder den Gürtel kombiniert um 19 Euro, weil ich es ein bisschen schöner finde als diesen Gummizug. Du kannst es aber auch ohne weiteres, ohne Gürtel tragen. Und dazu habe ich jetzt Stiefel kombiniert. Die ziehe ich aus und zeige es dir nur von der Nähe, dass du es besser siehst. Die Farbe passt halt super zu dem Rock. Der ist halt wirklich wunderschön mit den Blumen und mit dem Leo. Ein Traum. Diesen Stiefel habe ich dazu kombiniert um 60 Euro in verschiedenen Größen. Hat so einen schönen Konjakton und die Schnalle. Der ist schön flach. Ich meine, ich finde da oben, das ist der 38er und ich habe eher schmale Beine. Aber ich glaube, wenn du ein bisschen stärkere Beine hast, ist der ein bisschen schwierig. Also ich glaube, der ist eher für schlankere Beine gedacht. Das war es, meine Liebe. Ich wünsche dir einen schönen Feiertag am Freitag. Wir sind am Samstag in Bottendorf für euch da. Und am Donnerstag selbstverständlich auch. Es ist ja nur Freitag der Feiertag. Und Mittwoch haben wir jetzt zugelassen in Mittendorf. Da fahrt einfach zu uns nach Bottendorf rüber. Schöne Restwoche, schöner Feiertag. Und wir sehen uns am Samstag wieder. Da schicke ich dir ein neues Video aus. Dickes Pussy Baba.